Hi, ich bin Thomas Otto, Inhaber der Agentur Mainstream und wir kümmern uns um Digitalisierung von erklärungsbedürftigen Produkten. Der Mehrwert für Unternehmen liegt darin, ihr Produkt nicht nur physisch vor sich zu haben, sondern auch als digitalen Zwilling. Wir haben das bei der Firma Zuta zum Beispiel umgesetzt, die stellen große Getreidesilos her und da haben wir eine Multitouch-App programmiert, womit der Kunde auf der Messe dieses große, sehr sperrige Produkt erlebbar auf einem Multitouch bedienen konnte und wir konnten Querschnitte zeigen, wir konnten den Getreidefluss zeigen und die komplette Funktionalität dieses Produkts darlegen. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie Ihre Produkte in die digitale Welt bekommen, melden Sie sich, wir beraten Sie gern.